Es ist hier ein Live-LP und jetzt gehen wir in die zweite Folge davon rein. 32.000 Euro Frage steht an und der Chat hat noch zwei Joker jetzt übrig, durch meinen Einsatz von 5.50. Guckt mal, ob ihr die erreichen könnt. Weiter geht's mit dem zweiten Teil von Werbe Millionär. So, da sind wir wieder zurück zu WWWM im zweiten Teil und der Chat hat gerade schon vorgearbeitet auf 16.000 Euro, die sicher sind. Zwei Joker sind nur noch da und die werden wir jetzt wahrscheinlich in den nächsten paar Fragen loswerden. Mit 32.000 Euro geht's nun weiter für den Chat. Viel Spaß dabei. Ja, in etwa. Wir gucken uns das an. Los geht's mit 32.000. Was bedroht seit einiger Zeit auch die heimische Flora? Klimbim-Waldameisen, Heckmeck-Heuschrecken, Zickzack-Plattwespen oder Remi-Demmi-Maulwürfe. Bärinice, falls du gleich Lust haben solltest, können wir nach der Chatrunde hier, eventuell machen wir noch zwei Runden, kannst du ja in den Discord bei mir reinkommen, dann machst du eine Runde hier live bei mir mal mit und teste dich einfach mal. B oder C wird direkt vorgeschlagen? Heckmeck-Heuschrecken oder Zickzack-Plattwespen? Was sagt der Rest hier? Warte, den Discord-Link kopiere ich euch gleich rein. Ich hab ja crazy, ich dachte, den hast du schon. Da wird C vorgeschlagen. Also wir haben einmal 50-50 für B und C, wir haben einmal C drin stehen. Es sind noch keine Commands eingerichtet. Oder so. Vielen Dank dafür. Was wollt ihr tun? Ihr habt noch einen Telefonjoker und das gesamte Publikum. Es ist übrigens die Freischussfrage, weil ihr ja gesagt habt, ihr wollt 60.000 sicher haben, sind sie der crazy war's in dem Fall. Die Summe ist sicher, ihr könnt euch, wenn ihr jetzt wollt, einen Joker zur Hilfe ziehen. Oder ihr ratet blind mit zweimal C gerade drauf und riskiert das Ganze. Ihr könnt euch im Chat hier ja diskutieren darüber, wie ihr es machen möchtet. So, CrazyBurn sagt B oder C, LadyNiceGuy sagt C, BerryNice sagt ebenfalls C, Zickzack-Plattwespen. Damit sind es zweieinhalb Cs und ein halbes B. Und ich denke mal, mit den Antworten können wir mitgehen, oder? Ich nehme mal eure beiden Cs, beziehungsweise eure zweieinhalb Cs, beziehungsweise fast drei. Und wir nehmen mal die Antwort C, Zickzack-Plattwespen. Es war die Freischussfrage für euch, das habe ich ja eben schon gesagt. Schauen wir mal, ob ihr richtig liegt. Die richtige Antwort ist, die Tickzack-Plattwespen. Wunderbar. Sehr schön. Gefällt mir sehr gut. 64.000, immer noch zwei Joker da. Welche Fußball-Nation konnte bei den bisherigen 19 Weltmeisterschaften nie den Titel im eigenen Land gewinnen? Die Frage ist von 2014. Brasilien, Deutschland, Argentinien oder Frankreich? Oh, da erinnere ich mich noch dran. Brasilien? Schleiter können wir uns eigentlich darauf einigen. Ich nehme direkt ein A mit. Brasilien. Tja. Gewonnen haben sie sie nicht, aber das stimmt. Oh ja. Nett ausgedrückt. 125.000. Welche der folgenden Planeten hat keinen Mond? Pluto, Mars, Jupiter, Venus. Die Frage ist relativ klar. Ich muss trotzdem überlegen bei der Frage, weil ich wüsste es so direkt nämlich nicht. Du sagst direkt D-Venus? Der Crazy hat keinen. Die Anziehung reicht nicht. Oh. Zwei Ds kommen direkt rein. Das sieht sehr gut aus. Ich nehme eure beiden Ds. Da ihr die einzigen seid, die mit stark antworten und gute Spieler seid. Ich nehme eure beiden Ds für Venus. Und. Ihr habt recht. Schon wieder. Nicht mehr. 500.000. Das wird noch relativ lustig. Welches Tier ist seit einer Einführung 1935 in der gefürchteten Plage in Australien geworden? Beutelwolf, Agerkröte, Nymphen 70, Dingo. Oh. Die Frage hatten wir glaube ich schon mal. Na. Die Frage hatten wir schon mal. Aber ey. Ich muss mich dann enthalten. Die Runde. Beziehungsweise schalte ich mich extra zurück. Habt ihr eine Ahnung im Chat? Ihr habt noch zwei Joker übrig. Hm. Eure Antworten. Noch lese ich nicht. Ihr dürft auch anschauen, wenn ihr keine Ahnung habt. Ihr könnt diskutieren im Chat. Ihr müsst nicht nur sagen Buchstabe so und so. Ihr könnt auch untereinander austauschen, diskutieren, mitraten. Keine Ahnung. Oder ihr sagt einfach jetzt spontan Joker. Ihr habt noch zwei Stück. Das ist nur so eine Empfehlung. Das ist nur so eine Empfehlung. So. C ist es nicht. B auch nicht. Und dann bleiben für den Bäreneis schon mal sagen D größer B größer A. Ich sage mal D. Also ich würde die Kröte sagen. Aber hm. Ihr könnt es mit dem Joker versuchen. Ich sag so. Die Fragen sind jetzt inzwischen schon so hoch. Bei 500.000 sind wir ja gerade. Dass die Antwort, die vom Joker kommen wird, nicht zwingend die richtige sein muss. Und der eventuell gegebenenfalls auch keine Ahnung haben könnte. Das ist erfahrungsgemäß nach der originalen Show mehr oder weniger entwickelt worden. Von dem System her. Bei den hohen Fragen gibt es ja Fragen. Manchmal hat der weiße Joker immer noch eine Antwort. Mit 78%. Aber es kann auch komplett in die Hose gehen. Das wissen wir jetzt im Vorhinein noch überhaupt nicht. So. Wir haben einmal als Vorschlag die Kröte. Aber hm. Telefonjoker wird gesagt. Bäreneis sagt D. Also wir haben einmal B. Wir haben einen D. Und einen Telefonjoker im Raum stehen. Und noch Crazy sagt auch D. Und dann B. Und dann A. Hm. Ja, wir haben einen Telefon. Den anderen aufheben für den Schluss. Das könnte in die Hose gehen. Aber gut. Wir nehmen mal Telefonjoker. Weil Leute das schon sagen. Ihr dürft euch natürlich aussuchen, welche von den dreien ihr haben wollt. Die Nummer 1, 2 oder 3. Ihr könnt im Vorhinein nicht wirklich wissen, wer es weiß und wer nicht. Ich weiß es auch nicht. Das ist dem Joker überlassen. Ich nehme die drei, bin hier zu lenken, um nicht zu denken. Die drei wollt ihr also haben. Kriegt ihr? So, dann gucken wir es mal an. So, welches hier ist eine Einführung im 1935-Steller-Gefürchen-Plugin aus 3 geworden? Beutelwolf, Agakröte, Nymphen-Sitzig oder Dingo? Die richtige Antwort kann lediglich später sein. Ich bin mir da sicher 50%. Der aber würde ich in jedem Fall weiterbringen. Das ist letztens unerwartet, krass. Mit 50% von der Aussage vom Telefonjoker selbstsicher sagt er B. Agakröte. So, die Antwort fiel im Chat ja auch schon eben. Das könnte vielleicht euch lenken. 50% auf Agakröte. 50% auf Agakröte. Was ist in eurer Meinung zu dieser Aussage? Ihr sollt's nehmen. relativ selbstsicher mit einer 50 prozentigen sicherheit auf b die agerkröte dann würdest du da mitgehen ok lady night sky falls du noch gerade da bist es war dein vorschlag du warst sicher wie sieht es jetzt bei dir aus hat das deine meinung beeinflusst oder nicht ich sage alle b sehr schön dann versuchen wir es doch die agerkröte b also so sie wurde ausgeschlossen sind auf jeden fall in australien importiert worden das weiß ich aber ob sie plage war keine ahnung wenn ich mich recht entsinne dann war diese frage hier im weihnachts special gewesen oder ein paar folgen vorher und die richtige antwort war tatsächlich die agerkröte so da seid ihr kurz vorm ziel die folgen kannst du auch on demand gucken by the way so million wer verstarb eine woche vor einer gemeinderatssitzung in bern die über seine einbürgerung in die schweiz entscheiden sollte albert einstein paul klee berthold precht lenin die bär in der erstes gibt ja genauso inzwischen und kurz vorm ziel weil das jetzt die letzte frage ist Und ihr habt noch den Publikumsjoker. Ich bin auf eure Entscheidung diesmal gespannt, ehrlich gesagt. Ich habe euch vorgewarnt bei den Jokern. Er kann jetzt falsch liegen. Paul Klee sagt dir nichts. D sagst du nicht. Dann bleiben für Crazy schon mal noch A und C stehen. Es liegt bei euch komplett. Wenn ihr euch auf etwas Falsches einigen solltet, dann ist die Mälde schuld. Ja, leider kein 50-50-Mälde. Hast du früh vorgeschlagen gehabt. Ihr habt nur noch den Publikumsjoker. Immer noch. Das Publikum für eine Million einzusetzen. Da bin ich sehr gespannt drauf, ob sich das noch jemand traut. Ich denke Klee. Ich sag mal so, sollen wir mal den letzten Joker rausschmeißen, weil es bringt dir nichts, den da noch stehen zu haben, im Prinzip. Erst die anderen Meinungen, dann Publikum. Lasst es eine gute, das könnte beeinflussen, nämlich. Leute, schreibt ihr zuerst mal eure Meinungen, beziehungsweise diskutiert es mal kurz aus. Und danach, wenn ich so von gewissen Leuten, wie Bäreners Crazy und Lady Nightfire hier antworten stehen habe, bisschen so eure Meinungen hier habe, dann gucken wir uns mal die A und das Publikum an. Und dann gucken wir mal, ob es euch umentscheidet, bisschen so, ob es vielleicht stimmt, wissen wir ja eh nicht. Diesmal raus. Also D kann ich ausschließen. A ist auch Schwachsinn. Okay, dann bleiben noch für dich B und C stehen. C oder B, aber wer? Tja, das ist die Frage. Nein, eigentlich hast du die Frage immer noch, wer wird mir näher? So. Eure Antwort entscheidet über das Spiel, müssen Sie über den Ausgang dieser Runde. Also, Lady Night Sky denkt an Klee. Bärenice tippt auf Klee oder brecht. Crazy sagt ihm, wo haben wir es jetzt mehr? Ich bin fast sicher, B. Hm. Also, Crazy ist bei A und C, weil ihm D ausließen würde und B sagt ihm nichts. Sollen wir das Publikum noch rausschmeißen? Wollt ihr das Publikum haben? Ja oder nein? Gut, dann schmeißen wir den Joker auch noch raus. Wer verstarb eine Woche vor einer Gemeinderatssitzung in Bern, die über seine Einbürgerung in die Schweiz entscheiden sollte? Albert Einstein, Paul Klee, Bertolt Brecht oder Lenin? Ich bin auf die Ergebnisse wirklich gespannt. Ich glaube, der Joker wurde noch nie für eine Millionenfrage eingesetzt im Spiel. Mal gucken, was da rauskommt. Und? Hui. Ein Drittel des Publikums sagt A, Albert Einstein. Zwei Drittel sagen A. Ein Drittel sagt C, Bertolt Brecht. Die war jetzt 1% bekommen. B und D. Jetzt ist gerade meine Frage, beziehungsweise mein Hintergrundgedanke, wie wahr dieses Ergebnis da ist. Weil man muss bedenken, es ist eine Millionenfrage. In manchen Fällen kann es ja richtig sein, in manchen auch nicht. Das wissen wir überhaupt nicht von vornherein. Schmeiß es raus, stream offline. Wie nett von dir. Mal eine Frage an alle, die B gesagt haben. Ich sage ja. Nimm mal A. Hast du nicht gesagt. Du hast am Anfang gesagt A ist Schwachsinn. C oder D aber wer? Hm. Außerdem, ich warne wie gesagt vor. Das Ergebnis muss bei einer Millionenfrage lange nicht stimmen. Das wüsst ihr selbst. Zocken muss sein. Also, wir haben einmal A. Crazy sagt noch einmal B. Wie sieht es im Rest hier aus? A oder B? Ja, Berliner ist ein A. Habe ich schon. Jetzt will er es wissen. Wir haben zwei Bs gegen ein A. Wenn wir gewinnen, dann wird aufgeteilt. Wenn wir verlieren, bekomme ich das Geld. So läuft es ja nun nicht. Also, zwei Bs gegen ein A. Ihr werdet bei euren Antworten, oder? Deswegen. Ich muss auf die Mehrheit gehen. Da gerade A unterliegt. Muss ich, ja. Wenn deine Antwort stimmt. Hey Betsy. Wenn deine Antwort dann stimmt. Also, die Mehrheit vom Chat sagt gerade eher noch B. Paul Klee. Deswegen. Ich muss... Jetzt holt ihr euch noch ein paar Stimmen ins Boot. Finde ich gut. Betsy, das hier ist die Millionenfrage gerade. Publikum hat abgestimmt. Aber du weißt ja, das ist aus der originalen Sendung. Das Publikum muss nicht recht haben bei den Fragen. Es wurde von Anfang an hier mehrfach gesagt, dass Antwort B rechtlich sein soll. B ist jetzt auf Antwort A gewechselt. Dann hält man 1550 für A und B. Dann braucht man auch eine fünfte Stimme. Das macht sich besser. Oder ihr bekriegt euch im Chat einfach so lange, bis einer von euch die Seiten wechselt. Wir sind ja gerade, was ich hier lese, acht Zuschauer. Wir haben jetzt drei, vier Antworten hier stehen. Was ist mit dem Rest, der Zuschauer, das sich gerade enthält? Okay. Dann muss ich Münze werfen. Bist du des Wahnsinns? Die Mehrheit hat B gesagt. Und da es keine Antworten mehr reinkommen. Ich nehme die zwei Antworten für B. Gegen Bärenals. Tut ja fast schon weh. Wer jetzt sagt auch B. Okay, 3 zu 1 für B. Dann versuchen wir es mal mit Antwort B. Und ich hoffe aufs Beste für euch. Letztes Wort B. B hat in der Mehrheitswahl gewonnen. Gegen drei Bs, gegen ein einziges A. So, jetzt fangen wir uns das Ganze mal an. Eine Woche vor der Gemeinderatswitzung, die über seine Einbürgerung entschied, gestorben, ist der Paul Klee. Wunderbar. Super gespielt. Das war sehr, sehr, sehr amüsant und eine sehr gute Runde. Ich muss sagen, dass das sehr beeindruckend war von euch. Ihr habt euch gegen das Publikum schon geschafft, die Millionen. Einzelne Personen beziehungsweise Teams jetzt schon gesamt fünf, sechs Mal einmal der Chat beziehungsweise zweimal der Chat schon. Der Chat ist aber auch schon gesamt dreimal von einer Million runter auf 500 gefallen bei Risikovariante. Das war auch schon hart. Aber gerade mit der Million ist jetzt auch der zweite Part beendet für heute. Denn gleich geht es weiter mit dem dritten Part. Falls einer von euch im Chat gerade Bock hat, selbst zu spielen, die dürfen in Discord kommen und sich gerne dort melden. Denn nach der Folge hier, wenn sich keiner melden sollte, geht es mit einer weiteren Chatrunde weiter. Ansonsten einzelne Leute sind gerne willkommen im Stream und dürfen auch gerne mitspielen. In dem Sinne bis gleich zu Part 3 von Wer mit Millionär. Dankeschön bis hierhin. Schau mal. Dankeschön bis hierhin. Dankeschön. Untertitelung des ZDF, 2020